So, heute ist Freitag, das heißt, es gibt frische Zahlen der Umweltlotterie Genau und die wurden vor wenigen Augenblicken in Wiesbaden gezogen und das hier sind sie, die 0, die 8, die 0, die 4, die 1 und die 9. Und bei der Umweltlotterie Genau gewinnt nicht nur eine Person, sondern auch gleich der ganze Landkreis, heute kein Landkreis, sondern die Stadt Frankfurt am Main. Jetzt wird es nochmal spannend, denn so sieht die Gewinnausschüttung aus. Es gibt einmal 10.000 Euro, einmal 2.500 Euro, viermal 500 Euro, 57 mal 50 Euro, 247 mal 10 Euro und 978 mal 5 Euro. Und zusätzlich kommt noch jetzt ein Projekt, das 5000 Euro bekommt und das ist Obst- und Gemüseanbauflächen für fünf Wehrheimer Kindergärten. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank! Vielen Dank!